Hey, Facebook! Ein Fan-Make-up. Einen Moment. Werkself-Fan-Make-up. Na, für wen ist das? Wenn du Fan bist von Bayer Leverkusen 04, dann weißt du ganz genau, wovon ich hier rede. Und das darfst du dir auf gar keinen Fall entgehen lassen. Also mit das meine ich, dieses Make-up. Komm mich einfach auf YouTube besuchen, auf meinen Fan-Style-Channel BunnySport. Und schmink dann genau dieses Make-up, wenn du zu deinem Spiel gehen willst für Bayer Leverkusen 04.